Danke! Du, liebe Spenderin, liebe Spender, hast es möglich gemacht, dass die Musikgesellschaft Schöpfe am 27. November die neue Uniform präsentiert wird. Danke für deine nicht alltägliche Spende. Wir haben in den letzten Monaten, in den letzten Wochen unglaubliche Wellen von Solidarität erfahren, in der Gemeinde schöpfen und weit über Gemeinsgrenzen hinweg. Bekannt, Unbekannt, von Menschen. Menschen, denen es wichtig ist, Musik zu unterstützen, die Musikgesellschaft zu schöpfen zu unterstützen. Danke an das Gewerbe Schöpfe, das in einer nicht alltäglichen Situation grosse Verbundenheit gezeigt hat, Traditionen gemeinsam mit der Musikgesellschaft zu schöpfen aufrechterhalten und am Leben lassen. Du darfst dich jetzt mit uns freuen und gemeinsam mit uns deine neue Uniform entgegennehmen. Die Musikgesellschaft hat einen